Musik Hallo Kinder! Ich bin's, eure Lotta. Ich habe euch heute wieder eine kleine Bastelei zur Adventszeit mitgebracht. Und zwar, solche tollen Anhänger können wir zusammen machen. Oder ihr nehmt eure Eltern zur Hilfe. Das ist wirklich nicht schwer und man braucht auch nur ein paar Sachen. Ich zeige euch, wie es geht. Kommt mal mit! Wir brauchen Pfeifenreiniger und solche Keksausstecher. Am besten eignen sich Keksausstecher mit einer gleichmäßigen Form. Also ein Weihnachtsmann oder so. Passt jetzt nicht so gut. Deswegen lieber so ein Stern oder ein Kreis. Je nachdem. So, Perlen kann man benutzen, muss man aber nicht. Schaut, das geht auch ohne. So, dann nehmen wir uns den Pfeifenreiniger und den Ausstecher. Und dann legen wir einfach nur den Pfeifenreiniger da rum und drücken den so richtig schön fest. Und dann geht das immer so weiter und so weiter. Bis wir einmal drumherum sind. Schon sind wir da. Und dann macht man nochmal ein Knötchen oder so. Kann noch ein paar Perlen drum machen und fertig. Eignen sich super für den Weihnachtsbaum. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.